Musik 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 Ich hab grad komplett... Also, Elektrospool Musik Musik Ich hab grad keine Klang vor Musik Musik Also, Elex hab ich... Gut 20 Stunden gespielt Ich glaub 20 Stunden Äh, Call of Cthulhu Das hab ich glaub ich auch Glaub ich Das tue ich nicht Ja, ich weiß es nicht Ich kenn's auf jeden Fall Musik 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 Ok, das ist tatsächlich der Endbus Ich will für mich stehen, dass du hier Ok Ok Oh, ich hoffe die Items reichen Ich hoffe echt, dass sie reichen Ich hoffe echt, dass sie reichen Ha, das muss ja Einfach auf ein Vorteil Ich habe einen Speicherpunkt direkt davor gesetzt Ok Das Schlimmste ist, ich müsste dann halt den kompletten Weg wieder zurück gehen Also zumindest sich raus teleportieren könnte ich mich wahrscheinlich, aber ich müsste den Weg bis dahin zurück gehen Das heißt, das würde Zeit kosten. Jede Menge. Jede Menge. Jede Menge. Ja, sie ist immer noch die Spielschutz. Alter, ich spamme hier einfach nur die 12-Taste, ne? Ich glaube, das hier kann ich nur freischalten, wenn ich da hinten alle Kämpfe gemacht habe. Wenn ich hier alles gemacht habe, kann ich das Ding wahrscheinlich freischalten, um mich hier hinten zu teleportieren. Mach ich aber nicht. Wie viele Items habe ich? 10, 17, ne? Jetzt habe ich noch etwas anderes. Das ist KP. Das ist auch KP. Die Bonus-Nunzeige der Kampf ist hier ja. Kraftschmankerl. Okay. Sind wir bereit für... Sind wir bereit für... Sind wir bereit für... Wir sind bereit für... Wir sind bereit für... Klar, ab dafür. Sobald du über diesen Punkt hinausgehst, gibt es kein Zurück mehr. Den Astralsturm berühren und weiter voranschreiten. Wir sind bereit für den Endkampf. Wir sind bereit für den Endkampf. Ich würde mich nur nicht freuen. Untertitelung des ZDF für funk, 2020 Das ist die Räder des Bläts des Bläts des Bläts des Bläts des Bläts des Bläts des Bläts. Aber wo ist das Geist des Geist? Und das ist das Geist des Geist? In der Hedvrecht 35-Fahrzeuge, das ist das Geist. Ringgall, hast du etwas Gefühl? Es ist ein Geist, aber es ist ein Geist, was ich. Es ist ein Geist, die wir in der Hülle. Das war's für heute. Was ist das? Was ist das? Das war's für mich. Was ist das? Wenn die Lennas-Arm nicht mehr anstecken, was die Lennas-Arm nicht mehr so ist? Das ist das Lennas-Arm nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr an die Lennas-Arm nicht mehr gemacht. Ich werde mich nicht mehr an das Lennas-Arm nicht mehr anstecken. Ich habe es gesehen. Wenn ich mich nicht mehr anstecken, dann werde ich den Kuss. Das war's für heute. Ach du Scheiße. Ey, aber Level 58. Okay, gut. Okay, das Größenverhältnis ist aber gelogen. Das Ding ist eigentlich viel größer. Das ist eine Lüge. Schiebung. Schiebung. Wie mit deiner Schiebung, ey? Das Ding ist aber viel kleiner. Mach'n Platz. Ja, okay. Guck mal, Leute. Und das ist nur ein schwarzes Loch. Vielleicht kommt da ja noch was. Du meinst, er wird doch größer. Eventuell? Oh, das Ding kann sich sogar bewegen. Oh Gott. Also ich glaube, wir werden mindestens einmal sterben. Mindestens einmal. Wenn nicht sogar zweimal. Und ich glaube auch nicht, dass es bei der Form bleibt. Bitte keinen Druck. Äh, Mappa, glaub mir, da zieht überhaupt keinen Druck aus. Überhaupt nicht. Den Druck mache ich mir tatsächlich eigentlich eher selber. Einfach, weil ich gerade so was von enorm am Zittern bin, wie bei jedem Bosskampf. Jedes Mal bei jedem Bosskampf in jedem Spiel bin ich am Zittern. Was mich irritiert, ist, dass er so viel Schaden nimmt. Das irritiert mich ungemein gerade. Das bin ich von Bosskämpfen nicht gewohnt. Okay, nicht dem Schwarzen zu nahe kommen. Kein Schwarz, wenn... Ah, raus da. Da kommt doch sicherlich noch eine andere Form. Ich wäre enttäuscht, wenn es nicht so wäre. Also nicht zu aufsterben. Nein. Druck mache ich mir überhaupt nicht. Alter, höchstens ich mir selbst so. Aber ich in dem Bezug. Nein, 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 nein. Das verseitige geht es nur für den Wipe der kompletten Gruppe. Hey, 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 hey. Selber darf ja sterben. Musst du wiederbelebt werden. Ich gehe mal davon aus, dass deiner noch in Kampf kommt. Dass das so die erste Form ist. Danach kommt noch was. Ansonsten wäre es für einen Tails-Intulsion als Bosskampf. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Da kommt noch was. Da gehe ich ganz fest davon aus. Kaya ist so ruhig. Ja, ich, äh... Außerdem kommen wir ja jetzt auch hier noch in die nächste Phase. Echt? Oh, scheiße. Ich hätte rausgehen sollen. Finde, oh, scheiße. Ja, mein Charakter liegt da gerade. Mein Charakter liegt dem Viech zu Füßen. Oh, festgefuckt. Wurzulagen. Warte mal, kann ich... Okay, die Dinger kann ich angreifen. Ich versuch gerade mal. Ich gehe mal davon aus, dass man die... Ah, und... Können will. Danke. Ja. Man kann sie... Aber... Ah, das Grüne habe ich erledigt. Okay. Das Grüne hat es dann wohl gereicht. Also erst mal die... Die Kugeln töten. Kugel, kommst du hierher? Lass mich die töten. Ja. Und die nächste. Das sind aber viele Welle. Ja, das sind alle Elemente. Also Feuer, Wasser, Erde, Wind. Feuer, Wasser, Erde, Wind. Und ich glaube, Eis war mit bei. Also die kompletten Elemente, die wir dazu vor... Mühsame kleine Arbeit... Ich bin schon wieder tot. Oh, ich lebe wieder. Mühsame kleine Arbeit zusammengesammelt haben. Durch jeden einzelnen Bosskampf, den wir vorher erledigt haben. Alter. Nein, lass deine Dunkelheit woanders aus. Lass deine... Dunkle... Weit woanders. Oh, ich muss unbedingt... Das hier. Anashri-Leh. Zack. Mach deine Attacke fertig. Okay. Nächstes Bildchen. Uuuhha! Wie gesagt, die macht da immer ein Geräusch. Und der Rote. Und jetzt wieder auf den Boss. Das ist ja gestand. Oh, wow. Ähm... Da haben wir Kraftschmanker. Alle heilen. Oh, gleich ist er in seiner letzten Phase. Ah, kam das schon wieder nicht raus. Letzend. Wer wird als erstes wiederbelebt? Keiner von uns, okay. Letzte Phase. Heile mal mit. Äh, Dua Lima als erstes. Heile kriegen Vorrang. Okay, Bälle kommen wieder. Oder? Doch, ja. Bälle kommen wieder. Ah, IbiPing ist stunned. Oh Gott. Oh, komm schon. Ja, ja. Alter, Kugel. Alter. Kommst du da jetzt wieder runter? Oh Gott. Genau. Die Attacke. Bitte sag, dass du es auf das Ding machst. Natürlich nicht. Ja. Beide heiraten. Und eine Heile ist wieder tot. Ja, wuppt das. Und auf das nächste Ding. ich glaube dadurch machen wir dem aber auch schaden dem aufweichen aufweichen nein raus wie auch solche noch aufruhen ich bin nur sie dezent am schwitzen belebt mich doch nicht wieder nicht während er gerade seine attacke macht und jetzt wieder auf ihn ane das die nächste kugel ich kann auch gerade auf den chat achten ich hoffe ihr seid alle lieb zueinander wir haben ihn gleich haben ihn gleich der nimmt doch durch die kugel schaden das ist gut einmal für ihn oder gibt es noch ein ne doch das und glaube ich jetzt die nächste wir kommen gerade nicht an iran dann machen wir jetzt einmal ich glaube ich glaube nicht dass das ende war ich glaube da kommt noch was es war schon mit den kugeln etwas schwieriger aber ich hoffe da kommt noch was da kommt noch was ja da kommt noch was tief ist gleich darf ich mich von vorher hoch heilen nein das tun nicht ich glaube auch nicht ja ich glaube auch ja das geht in ein geht in 1 nahtlos über alter ja das ist jetzt der boss ok sie genau so sie vorher nur entweist vertrau ich hoffe speichelt auf kügel die denn noch mehr davon Oh nee. Okay. Also erstmal normale Gegner. Das sind doch Kämpfe nochmal mit Schmack. Ich wäre enttäuscht, wenn es mit dem Kampf zu Ende gewesen wäre. Also ich wäre echt enttäuscht gewesen. Weil das wäre echt nicht die eigentliche Tales-Menü gewesen. Die machen für gewöhnlich immer noch die Dinge der einen drauf. So muss schon sein. Ja. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir heute noch zum Endpost kommen. Ich dachte, okay, ich brech das irgendwann dazwischen ab. Weil es wurde halt immer später und später und später. Gut, dass ich das große Kraftschmack halt noch nicht benutzt habe. Komm. Mach noch einmal. Ich verstehe gerade kein Wort. Ich muss ein bisschen lauter reden. Hast du ja quasi eine Notreserve. Ja. Der Kampf ist etwas sehr laut. Ach so. Ich kämpfe ja schon wieder. Ähm. Bitte dich einmal. Wie, kein Boost-Becher? Aber das ist doch ein fliegender Gegner. Gibt es immer Boost-Becher? Na, egal. Ist eh tot. Ui. Alter, das war Heilung im letzten Moment. So, Rindwild benutze ich extra nicht. Nein, 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 nein. Oh. Trotzdem noch mit rein, obwohl ich ausgewichen bin. Und einmal... Oh, danke für die Heilung. Nein, nein, nein. Ich nehme Orangen-Gelee. Okay. Äh, nee. Ich nehme Orangen-Gelee. Also das Ausweichen... Das hätten sie minimal besser machen können. Oh, schick. Der eine ist zumindest gleich... Geschichte. Bitte sag, dass es auf den richtigen geht. Ich glaube, ja. Danke. Sehr schön. Ich lese so halt mit... Ich habe immer so ein halbes Auge auf dem Chat. Also ich kriege mit, was ihr schreibt, aber ich kann leider nicht komplett drauf antworten. Aber dufte... Ich bedanke mich auch dafür, dass, äh... Der Licky ist los aus. Das ist echt... Ich bin echt super lieb von dir. Screenshot. Screenshot muss sein. Autsch. Erstmal alle ausgenockt. Oh man. ein shirt mit 3d effekt level 61 verschlinger ok das wird jetzt wahrscheinlich der ultimative boss sein oh gott ich hab echt ein bisschen schiss jetzt habe ich es doch schon eingesetzt scheiße ja sehr gut raus da lander halt mich mal einer halt mich mal einer halt wie meiner die warte ich kann mich eigentlich auch selber und durchsprecher klappt sie ja klappt sehr geil Oh Gott, jetzt muss ich auch nur die richtigen Richtungen drucken, okay. Erste Phase, Arm, Putsch, zweiter Arm, ich liebe solche Kämpfe. Okay, das ist echt ein Bosskampf nach meinem Geschmack, muss ich echt sagen. Sprecher, weil er halt auch relativ viel Leben verliert, aber für drei Phasen, ach ja, jetzt macht er seine mythischen Arzt, okay, warte mal, einmal hochheilen. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, halt dich hoch. Scheiße. Oh Gott. Ähm. Komm schon. So. Ähm. Ja, der wird nur die Leiste haben. Problem ist die Attacke, die er gerade gemacht hat, das schwarze Loch. Das wird die größere Hürde sein, dass wir nicht alle direkt tot sind. Gut. Scheiße, das Ding daneben. Rin will... Wie ist das? Sehr schön. Ich ebenfalls. Einmal Heiler unterstützen. Wenn ich mich einmal selbst wiederbelebe. ein bisschen rumlaufen. Ähm. Oh Gott. So, nächstes Ding. Was wird als nächstes? Okay, der Bauch. Ähm. Ich guck grad nochmal. Ach ne, hier haben wir nicht großartig viel, ne? Einmal Andernachfilet nochmal. Damit wir direkt teilen könnten. Hörst du mal auf? Danke. Raus da. Ran. Fußbrecher. Sehr schön. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Horst du. Ich höre auf zu kämpfen. Such Vollierung. Hör auf, hör auf, hör auf. Danke. Ich höre auf. Okay, wir leben alle. wir leben alle wir leben und wir haben es überlebt dann die nächsten überlebt der ruhige moment wird auf jedenfalls nach dem kampf sein ich denke können wir machen ich denke können wir machen kriegen wir hin was die highlights erst ok letzte fahrze gleich ich bin schon wieder tot oh scheiße Komm schon Sprecher Natürlich funktioniert das nicht mehr Okay, das wird glaube ich das letzte Mal sein Wir müssen es nur überleben Wir müssen es nur überleben Wir müssen es nur überleben Okay, ich bin zwar tot Danke Ich werde wiederbelebt Ihr greift an Komm schon Nochmal schwarzes Loch, könnte schwierig werden Ich glaube wir sollten ihn haben Einmal Zweimal Ich glaube das wird nichts wenn ich das jetzt noch mache Ja Hat sie irgendein anderer da bezahlt Ist auch vollkommen in Ordnung Ach die Elemente sind doch gerade wieder Warte Okay Ey, ich habe doch topklick, dass ich das haben möchte So, einmal goldene Filet Oh scheiße Oh scheiße Das überleben wir nicht Oder? Ich kann doch gerade nichts jucken Doch das überleben wir Doch das überleben wir Das war ein ganz schön langer Brocken Hm 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 Es tut Wenn ich das jetzt bin ich Nie Nein Also Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Untertitelung des ZDF, 2020